Herzlich willkommen zurück zu Ultimate General Civil War, wo wir beim letzten Mal nicht eine meiner Lieblingsschlachten geschlagen haben mit fremden Truppen, viel zu viel Cavalry in einer Defensiv-Aktion, nicht so meint. Jedenfalls, jetzt kommt es aber wieder zu etwas Größerem. Ich habe die Ressourcen, die wir bekommen haben, noch dafür genutzt, um Cavalry aufzustocken, weil ich hatte noch jede Menge Cavalry-Repetier-Gewehre, die nicht besonders geil sind, aber ich dachte mir, wir sorgen ein paar Pferde, drücken den Leuten eine Hand und machen noch eine weitere Cavalry-Division auf. Warum nicht, ne? Jedenfalls gehen wir dann jetzt aber weiter zur nächsten Schlacht. Und ich glaube, wir haben das zweite Korb noch ein bisschen von der Soldatenstärke noch ein bisschen erhöht. Das hat deutlich mehr Geschütze als die anderen beiden, dafür ein bisschen weniger Soldaten. Na. So. Wunderbar. Wir, ähm, wir sind gerade auf Unionsgrund und, äh, wollen noch ein zweites Mal Erfolg haben. Wir hoffen, dass wir eine, eine große Schlacht herbeiführen können, um den War, um den War, den Krieg politisch zu beenden. Sorry, meine Übersetzung ist gerade ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Ähm, außerdem wollen wir Vorräte versammeln, um, äh, um, um, um unsere Armee zu versorgen, weil West-Virginia sind so oft Armeen von Nord nach Süd, von Süd nach Nord zurück, dorthin gelaufen, da ist nichts mehr. Ja, deswegen dachten wir, deswegen war die Strategie hier, wir gehen weiter, wir gehen mal weiter in den Norden nach, nach Pennsylvania und, ähm, klauen uns da unsere Vorräte, warum nicht? Ähm, Hocka, der weiter die Armee, das, das Potomag anführt, äh, hat unseren Vormarsch verfolgt und ist aber sehr vorsichtig, dass seine Leistung in Chancellus will und wurde dann von General Meade ersetzt. Ach, ähm, obwohl wir ein generelles Engagement vermeiden sollen, äh, bis wir unsere ganze Armee auf, auf, auf einem Fleck haben, hat eine unserer Divisionen das, äh, ein bisschen ignoriert und bewegt sich gerade in Richtung Gettysburg, yay. Jetzt müssen wir unsere, unsere Streitkräfte sammeln und die Union in Gettysburg bekämpfen, na wunderbar. Okay. Vielleicht hatte ich auf vier Slots gehofft, weil, Kavallerie will auch noch. Hm. Ich meine, ich könnte Kavallerie vom Norden angreifen lassen, das wäre mal was interessant Neues. Ich könnte dafür einmal einen anderen Kurs frisch halten, sagen wir es mal so. Na gut, das erste, das greift die ersten Welle an. Die Verstärkung für morgen haben wir das zweite. Das dritte. Das ist eine gute Frage, möchte ich mehr Arturie haben oder möchte ich mehr Infanterie ins Feld führen? Eigentlich würde ich fast mehr Infanterie ins Feld führen wollen. So, die Frage, ob wir im Norden auch mit Infanterie angreifen wollen und der Kavallerie sagen, die können, 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 können zu Hause bleiben oder. Ich glaube, wir machen das so, wie das historisch war. Historisch war in dieser Schlacht auch die, auch die kontrollierten Kavallerie nicht so wirklich vorhanden. Deswegen, sorry Kavallerie, aber ihr dürft weiter zu Hause bleiben. Um mir leid. So, eine unserer Divisionen bewegt sich in Richtung Gettysburg, um den Feind auszukundschaften. Die Armee des Potomarker verfolgt unsere Armee und wir sollten schauen, was hier so abgeht. Gettysburg-Kavallerie versucht unseren Vorschuss aufzuhalten oder zumindest verlangsamen und will diese Hügel verteidigen. Wir werden rausfinden, was hier so los ist. Drei! Woo! Nur drei Truppen, dann nehmen wir aber mal ein bisschen welche anderen Leute. Ich glaube, so viele Assault-Gruppen brauchen wir gar nicht. Er hat noch eine Tactical Plus. Ich glaube, ich würde die dann ins Feld führen. Die haben leicht bessere Waffen, sind aber ein paar weniger Leute. Ich muss sagen, die erste ist richtig gut aufgestellt. Kann man, kann man gar nicht anders sagen. Und dann nehmen wir den mal eine Chance. So. So. Wie wollen wir da am besten vorgehen? Im Norden ist gut abgesichert. Hier ist relativ offen. Wir stehen wahrscheinlich hier da in den Bäumen. Würde ich mal warten. Ich gehe davon aus, dass der Rest unserer Armee gleich noch mit dazukommen. Dass wir jetzt erstmal nur versuchen, mit den drei Truppen, die wir jetzt hier haben, das hier einzunehmen. Und dann warten wir auf Verstärkung. Deswegen würde ich mal meine Leute hier um das Ziel im Zentrum aufstellen. Wenn ich davon ausgehe, dass wir gleich noch ein paar mehr Leute kriegen. Hau, Geschütze. Na wunderbar. Mach nix. Rennen. Auch rennen. Gleich anstürmen. Ihr habt zu wertvolle Waffen. Ihr dürft erstmal noch einen ganz kleinen Moment stehen bleiben. Okay, jetzt nicht mehr. Die Geschütze noch schnappen, vielleicht. Vielleicht wäre ich sehr verbunden. Ja. Ja. Oh, sch. Oh, da kann ich aber nur wieder runter, ja? Ja, das ist ein bisschen besser ausstellen hier, wir haben die Geschütze ausgeschaltet, das müssen wir nochmal mit dem Shuttle-X-A-N-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Okay, jetzt haben wir uns ein Stück weit zumindest zurückgedrängt, hier ist aber noch irgendwo Cavalry, die irgendwo am rumoperieren ist, so nahe sollten wir vorsichtig sein. Oh, ich denke, wir können jetzt... Tja, gute Frage, was wir jetzt können. So, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal zurückgedrängt. Ich würde eigentlich gerne auf Stärkung warten, weil hier irgendwie so nur mit drei Leuten irgendwie einen Angriff auf so breiter Front zu machen, ist, glaube ich, nicht besonders schlau. Und wenn ich hier gerne aggressiver rangehen wollen würde, als die Realität das gemacht hat, aber da vielleicht später ein paar Worte zu. Auch nur mit drei Regimentern, das ist ein bisschen übertrieben. Wenn sie herkommen wollen und ein bisschen Kugeln sich einfangen wollen, können sie das machen. Ansonsten bleiben wir jetzt hier, ein bisschen was an unsere Konditionen und Moralschaden wieder. Das ist okay. Aber entscheiden wollen die auch nicht. So, ich hoffe mal, dass wenn dieser Teil mal abgelaufen ist, dass wir Stärkung kriegen. Kommt auch noch wieder. Okay. Motivierte Gegner sind auf jeden Fall. Ich glaube, das ist besonders schlau, aber... ... ist auf jeden Fall ein gutes Recht. So, das erste Korb von General Reynolds kommt auf unsere Position zu. Die kreisende Brigade ist mit dabei, ja, dann ist noch ein Grund weniger da jetzt vorzustürmen. Weil wenn wir Chance hatten, vorzustürmen, um das da einzunehmen, dann war das eben. Jetzt mit drei Leuten eher nicht. Ich will jetzt auch mal meine Verstärkung. So, dann ist man bald. Sehr schön. Yay, Verstärkung. Was soll ich? Jetzt kommt die ganze Elite. Äh, die ganze Elite sogar. Okay. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist das Gros der Gegnerinnenstreitkräfte hier unten. Deswegen würde ich erstmal hier im Norden angreifen. Wir haben hier, sind wir in einer guten Position, dass wir das da erstmal halten können. Dann würde ich lieber erstmal hier im Norden aufräumen und mit den Leuten, die jetzt hier ankommen, vorrücken. Und ein bisschen Betrieb bitte. Wir haben noch einiges vor. Die Batterie kann auch noch ein bisschen dazukommen. Die Batterie kann auch noch ein bisschen dazukommen. Diese verdammten schwarzen Hüte. Das ist keine Miliz. Das ist die Armee des Protomag. Wir sind auch keine Spaßveranstaltung hier. Kann das auch von meiner Seite aus gerne die Armee des Protomag sein. Das ist die Armee des Protomag. Das ist die Armee des Protomag. Fieal! Fieal! Reload! Loser! Steh! Steh! Rune. 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 Wir bleiben noch hier, hier sind wir weit genug von den Bäumen. weg vielleicht ein paar meter weiter nach vorne auf in der geordneten linie und sowas und dann wenn wir von hier oben dann das rad drehen wegen der cover da oben haben wir noch ein bisschen sorgen ehrlich gesagt außer noch ein bisschen weiter nach norden schieben ich nehme ich jede prozente die ich nehme ich alle prozente die ich kriegen kann weiter ja ich habe die coverdreht noch gesehen schon viele leute hier oben also jetzt die divisionengröße von denen ist nicht so hoch aber da sind noch zwei ja auf jeden fall spannend das dann mit den paar leuten die ich habe einzunehmen sich tatsächlich noch ein von euch hier unten weiter hoch schicken ein bisschen hier die gegend ausdünnen anders geht es nicht weil sonst haben wir hier viel zu wenig für den angriff so dann schieben wir das noch ein bisschen um ihr geht dann an den norden schiebt weiter nach oben dann könnt ihr hier an dem angriff noch mit teilhaben so dann haben wir die eisern die brigadda dann haben wir die eisern die brigadda dann uns wenn wir erst Tom Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich habe mich nicht gewohnt hier. Zu viele kleine Päspe geworden von dem her. Wir tun uns heute nur noch diese scheiß Cavalier-Reglemente. Ja, ich würde gerne irgendwas sicherstellen, wenn du mir ein bisschen mehr von meiner Armee auf die Schlachtwelt eintreffen lassen könntest. Ich versuch das ein bisschen lächerlich, dass wir hier mit irgendwie 4, 5, 6, 7 Regimentern und Artillerie gegen eine ganze Armee kämpfen. Nur weil die Rest von unseren Dullis nicht da ist. Ja, dann schon. Ja, das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020